Was geht Leute, mein Name ist Livy's Nights und heute zocken wir Secret Neighbor-a-da-da-da-da-da Und heute was ganz besonderes, denn heute spielen wir auf der Five Nights at Freddy's Map Oh my god, das ist crazy, really crazy time, man Auf welcher Karte sind wir? Auf derselben Auf der Five Nights at Freddy's Karte? Ja, auf der Five Nights at Freddy's Karte Erwähnen das nochmal Five Nights at Freddy's, ah la 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 la, it's me, Danny Justice Halt deine Schlauze jetzt, okay? Okay, sorry Sag mir ganz ehrlich Ja? Bist du der Nachbar oder nicht? Äh, ich bin ehrlich gesagt, ich bin der Nachbar Alter, hier sind zwei Schlüssel in einer Truhe gewesen Danny, ich hab einen ziemlich guten Start Wo ist die Tür? Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut Wo ist die Tür? Die Tür ist, äh, die Tür ist da hinten, hier, folge mir Wo? Folge mir, folge mir, folge mir Okay, ich folge dir Warte, ich hab auch was gehört Der Nachbar muss da hinten sein Du bist der Nachbar, hör auf, mich zu verarschen Nein, ich hab mich gehört Ich hörst, dass du es nicht gehört Glaubst du wirklich, ich fall auf Oh, da ist wirklich der Nachbar Verdammt Ich dachte, du verarschst mich jetzt gerade und willst, dass ich dir hinterher laufe Ey, hier ist ein Stromkasten Also bist du Stylomailo oder bist du eher, nee, nee Ich bin eher DDD Ey, Bro Oder Schwester, was auch immer du bist Komm mal, mach die Tür auf Ich hab zwei Schlüssel Ich muss die Tür jetzt öffnen Aber, oh mein Gott, das ist er Hast du gesehen, wie böse er auf dich zugerannt ist? Nein, ich schließe jetzt erstmal die Türen auf Ist mir egal Attackier ihn, bevor er uns, äh, Dingsdabum Ich will erstmal die... Er hat gesagt, mach dir das, hallo, willst du das? Er hat mich gedingsterbumstert Ich weiß, Tür auf, jetzt kann ich dich nicht mehr überkommen Danny hat mich gedingsterbumstert Er hat, er hat die Tür zugemacht Er macht, du machst dir mal die Tür auf Sehr gute Idee Es tut mir leid Es tut mir leid Sehr gute, beschissene Idee Weißt du, ich hab die Schnauze voll Danny Einfach die Schnauze voll Ich wusste das nicht Jetzt attackier ich ihn Ja, attackier ihn mal weiter Der hat sogar rote Leuchten in den Augen Verdammt, der ist böse Und ich bin tot, weil mir nicht geholfen wurde Gibst du jetzt mir die Schuld? Ey, ja Ist das nicht deine Schuld? Ich hatte zwei Schlüssel da Ich wollte dich als Tür öffnen Als Kind ist er genauso stark wie als Äh, Großer Weil er kann Sachen auf dich werfen Kinder können auch Sachen auf dich werfen Kinder können herzlos sein Ja, so wie du bist herzlos Du bist herzlos, Alter Du Ey, ich glaub, wir sind einfach die Schlechtesten in dieser Runde drin Ja, glaub ich auch Das kommt hin Also der Beste ist, glaube Der Beste ist deine Mama Oh nein Der sieht auch aus, als wäre es ein Spieler, der was drauf Hast du die Runde verlassen? Nein Oh Hä? Nee, die Runde hat bei mir gestartet Bei mir auch, ja Okay Aber wir sind nur vier Leute jetzt Ja Ey, dieser Kamikaze, der reingekommen ist, ne Ja Sieht aus wie ein guter Spieler Kamikaze? Der, glaub ich auch, ehrlich gesagt Der sieht echt aus wie ein guter Spieler Okay, ähm Also, wir sind vier Leute, oder? Ich meine Ja, wir sind vier Leute Ich bin auf jeden Fall ein Kind Was bist du? Äh, ich bin ein Kind Du zögerst Wieso zögerst du? Weil ich den Nachwuchs Wirklich? Ja Ich wusste es Okay, Daddy Kein Vertrauen mehr zu dir Ich erstelle mir gleich ein Gewehr Mir fehlen nur noch zwei Zahnräder Alter Okay Aber wen kann ich jetzt vertrauen? Weiß nicht, vielleicht deiner Mutter oder so? Wieso? Hä? Achso Okay Ja, ich find's gut, den Nachwuchs Es macht Spaß Das Problem ist Halt wirklich Ich weiß nicht Du weißt nicht, wann Wem ich vertrauen soll Solange wir hier zu dritt sind Und dieser Schneckenzimpf bei mir ist Ist alles gut Weil der Typ Oh mein Gott Siehst du? Der Typ soll mich auch retten Ich lauf weiter Weil der kann das irgendwie alleine Oder kriegst du ihn gerade? Oh mein Gott Okay, der Tür geöffnet Achso, sehr schön Sehr schön Hauptsache du kommst nicht raus Dann bin ich zufrieden Was soll das? Hauptsache du kommst nicht raus Hauptsache du kommst nicht raus Die Kinder haben gewonnen Oh mein Gott Nein, wir haben gewonnen Nee, du nicht Du hast verloren Hier, siehst du das? Du bist irgendwo rechts Was? Ist der Schneckenzimpf entkommen? Nein, ich hab ihn auch gefangen Hä? Das kenn ich sogar nicht von dem Wir haben ja vorher eine Runde mit Schneckenzimpf gemacht Und Schneckenzimpf war der Wahnsinn Stehst du auf ihm? Und jetzt lässt er sich von einem Typen wie Danny fangen Das ist ganz schwach Von so einem Nixkönner Stück Kacke Pupu So, nächste Runde Nächstes Glück Puh Was bist du? Sei ehrlich Ich bin ein Kind Du bist nicht der Nachbar? Nein, nein, nein Wie ehrlich bist du gerade? 100% Ey, ich vertraue dir jetzt einfach mal Wirklich? Ich bin echt nicht der Nachbar Ja, ich vertraue dir jetzt einfach mal Ich hab zwei Schlüssel gefunden Ich öffne beide Ich hab zwei Schlüssel gefunden Ich öffne beide Dieser Schengi hat mich gehauen gerade Ich öffne beide Ich hab zwei Ich hab dich gesehen Aber der Schengi Wieso hauen die mich alle? Kamikaze haut mich Kamikaze ist es Kamikaze hat mich gedownt Ich weiß nicht, wer es ist Kamikaze hat mich gedownt? Er hat mich gedownt gerade Okay, dann werf auf Kamikaze Okay Da ist es Ich bin mir ziemlich sicher Egal, wirf nicht auf ihn Sonst denken Okay Ist mir egal Guck mal, er werbt sogar Sachen mit seinem komischen Zauberstab ab Alter Alter Wie macht er das? Ich greife ihn jetzt Was ist denn das für einer? Alter, der ist echt stark Was ist denn das für einer? Weiß ich genau Dem helfen wir nicht Das ist der Böse Glaubt mir Ja, ich glaub dir So Bam Haut auf ihn drauf Attacken Ne, jetzt wo er gedownt ist Versuche ich ein paar Schlüsse zu finden Weil ich bin mir ziemlich sicher Dass er der verdammte Nachbar war Sicher? Ich habe ein Schlüssel gefunden Einen goldenen? Sehr schön Nimm ihn, nimm ihn Wir gehen weiterhin Sicher bin ich mir nie Aber So, der goldene Er hat sich an das verdient Verdammt Ich glaub, er versucht hier reinzukommen Ich mach die Tür mal zu Okay, ich hab ne Puppe Die kann ich auf ihn werfen Ey, Puppe Ey, Puppe Püppchen Ey, Püppchen Schnau Schnau Ja, okay Es führt uns nur noch Ein goldener Schlüssel Dann haben wir's Besten Cola-Typ Snylo, Junge Dank dir, Brudi Ja, ja Snylo, Milo Ey, Kira, Snylo Guck mal Geile Puppe an, Junge Ey, uns fehlt wirklich nur noch ein Ich hab einen goldenen Schlüssel Das ist der letzte Komm her, komm her Komm zur Tür Das war der Komm zur Tür Er ist immer noch auf dem Boden Ist er auf dem Boden? Ja, komm her Ey, das ist ne ganz schlechte Runde für dich, Bruder Ich sag's dir mal ganz leise Hör mir zu Ganz üble Runde für dich Oh, er steht auf Er steht auf Oh mein Gott Er wird gleich verwandelt Ich hab Witze über ihn gemacht Es tut mir leid Geht aus Die Tür ist auf Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Snylo Ey, das ist eine Wahnsinnsrunde Oh, er hat trotzdem lieber gefangen Alter Frag mich nicht wie Aber das ist deine eigene Schuld Ey, wollen wir kuscheln, Alter Wollen wir kuscheln Nein Nein, nein, nein Ich mag dich nicht Letzte Runde entscheidet Was auch immer die letzte Runde entscheiden soll Aber wir haben ihn grad so fertig gemacht Magst du es eigentlich, dein Nachbar zu sein oder weniger? Ich mag es nicht, dein Nachbar zu sein Ich auch nicht Da ist immer so eine Last auf meiner Schulter Ja, weil so viel irgendwie Man muss auf so viel achten irgendwie Oh Gott sei Dank Ich bin ein Kind Ich auch Ey, hier ist ein Knopf Hier ist dieser Wallhack-Knopf Oh, hier sind zwei Schlüssel Style, ich hab zwei Schlüssel Ich öffne die Türen mit beiden Schlüsseln Und du mir glaubst Ich bin woanders gespawnt als ihr Komischerweise Hä? Warte, jemand wirft auf mich Ich hab zwei Schlüssel geöffnet Ich hab diesen Wallhack-Schlüssel, ne? Äh, Knopf gedrückt Ich seh euch alle durch die Wände Echt? Ja Alter, da bist du dein Nachbar Das heißt, dass du Nachbar bist Bestimmt heißt es, dass ich ein Nachbar bin Weil ich ein Kind bin Ich seh euch alle vier Ich seh dich direkt vor mir Hier Danny, hi Okay Was geht? Äh, wo bist du? Hier bist du, okay Ich glaub, dass du nicht dein Nachbar bist Warte, die Tür ist offen, hör Die Basement-Tür ist offen, ne? Hier ist dein Nachbar Wo? Der hat ein Hello Neighbor Skin Der Typ ist gefährlich Kellertür offen Alter, Kellertür offen? Nein, ich will den Fang, Stylen, bitte hilf mir Bitte hilf mir, Stylen Oh mein Gott, danke Ich liebe dich Kein Problem Ich geh raus Warte, wo ist die Tür? Ich bin entkommen Oh mein Gott, Snylo, ich bin entkommen Sag danke für die Hilfe Danke für die Hilfe, Alter Ich hab dir gar nicht geholfen Das war jemand anderes Ich bin einfach rausgelaufen Du Verräter Du Verräter Nein, ich bin kein Verräter Ich bin ein guter Freund Und ich bin dafür, dass wir noch eine Runde machen Weil die halt extrem kurz war Hey, ich bin Snylo Wir machen noch eine Runde Guck mich mal an Ich bin voll blöd, Alter Junge, Junge, Junge Sag sowas nicht Das ist gemein Und außerdem wechsel ich mal den Charakter Ich nehm mal das Mädchen Ich nehm mal mein Poloch Wir sind sechs Kinder, ne? Wir haben eine volle Runde Yeah, Baby Du bist ein Gangster-Rapper Junge, du bist einfach cool Das weiß ich Denn wenn ich dich sehe Dann werd ich zu schmuck La, 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 la Uff, run Das ist eigentlich voll die gute Sache Diese Fähigkeit, dass man schneller laufen kann Ich hab einen blauen Schlüssel gefunden Einen roten hab ich auch gefunden Ich hab auch zwei Okay Ah Ich hab zwei Okay Wenn ich jetzt draufgehe, dann ist Schneckenzimt der Schuldige Aber der hat mir nur zugewunken Der hätte mich töten können Schneckenzimt ist es nicht Also ich glaub, Kamikaze ist auch nicht Dann ist es Johnny Doch, dann ist es Johnny Ja, es ist Johnny Es ist wirklich Johnny Wo ist die Tür? Weil es Blaues Schloss hab ich Es ist wirklich Johnny Wir haben die Tür offen Okay, sehr gut Lass uns rausgehen Ich passe auf, dass ihr alle rauskommt Okay Okay Danke, Styli Ja, das war's Das war Johnny, oder? Ja, er war's Wirklich Oh mein Gott, wir haben voll gut identifiziert, Alter Oh, der arme Johnny Der arme John Ey, John, ey, John Ey, ich bin Also das war heute eine ziemlich einfache Runde Ey, Styli Was geht ab? Geht's dir gut, Alter? Aber ich bin froh, dass ich nicht mehr gleich mit ihm im Teamspeak sein muss Leute Wir beenden jetzt hier erstmal die Folge Wir haben auch eine Folge auf Denny's Kanal aufgenommen Checkt ihn aus Link ist in der Beschreibung Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Like und abonnieren nicht vergessen Bis dahin Ciao, ciao Bis dahin 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017